Großeinsatz in Landshut-Ehepaar in Niederbayern getötet, Tochter 41 auf der Flucht Im Raum Landshut ist ein Ehepaar getötet worden. Die 41-jährige Tochter gilt als dringend tatverdächtig. Sie ist auf der Flucht. Am Freitag, 8. November 2024, gegen 13.20 Uhr, wurde die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Niederbayern von einem 44-Jährigen verständigt, dass er soeben von seiner Schwester mit einem Messer verletzt worden sei. Teilt die Polizei mit. Die beiden im Haus wohnenden Eltern seien tot im Gebäude. Derzeit läuft eine Großfahndung mit zahlreichen Streifen sowie einem Polizeihubschrauber nach der verdächtigen 1- und 40-jährigen Tochter des getöteten Ehepaars. Die Flüchtige wird folgendermaßen beschrieben. Circa 165 cm groß, schlanke Statur, große Brille. Bei Antreffen nicht an die Person herantreten, da ein psychischer Ausnahmezustand nicht ausgeschlossen werden kann. Warnt die Polizei.